Moin Jungs, willkommen zu einem erneuten Video auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar seht ihr in diesem Video zum einen, wie ich die 30.000 Punkte in SoloLakeName geknackt habe. Und allgemein einfach die besten Runden aus den letzten drei Streams. Und da mich viele von euch nach meinen Settings gefragt haben, werde ich in diesem Video alle meine Settings zeigen. Falls ihr euch wundert, und ich weiß, ich mache fast nie Werbung für meinen Creator-Code, aber ich habe jetzt einen neuen Creator-Code, das muss ich mal kurz so sagen. Und zwar hieß ja mein alter Creator-Code NoName, aber den habe ich jetzt umbenannt zu KMR. Also einfach ganz clean. Deswegen, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt machen, indem ihr anstatt den Creator-Code NoName im Item-Shop den Creator-Code KMR im Item-Shop eintragt. Kurz geht raus auf jeden Fall an jeden, der ihn einträgt. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, sowie auch einen Daumen nach oben. Und checkt natürlich meinen Twitch-Kanal aus, so bin ich jeden Tag live. Da sind zum Beispiel auch wieder diese ganzen Highlights hier aus diesem Video entstanden. Twitch, Nickers, KMR, lasst gerne ein Follow da. Aber jetzt will ich sagen, genug gelabert, viel Spaß mit dem Video. Ich fühle mich heute bei. Ah. Ey, guck mal, ich zeige euch jetzt einen Trick. Ihr nehmt diese Tag. Ich gehe euch jetzt ein Tutorial, wie ihr jeden holen könnt. Pass auf, am Anfang, glaube ich. Ihr macht so. Ihr sucht kurz wen, wo ihr reinrennen könnt. Ihr müsst nur reinrennen. So. Seht ihr den? Ja, okay, er ist tot. Ja. Einfach rein. Einfach reinrennen. Und er ist tot. So, tak. Das ultimatische Zufall. Jetzt, der nächste kommt, ist gleich. Schlaffi. Auch ganz süß, wie der CFG Phoebe-Fan. Ich tausche mir Tag aus, weil jetzt, es leckt nicht mehr so. Und jetzt können wir die Gegner auch so hoch nehmen. Versteht ihr? Er kommt jetzt. Dann kriegen wir jetzt den Kill. Genau. Wo ist denn der? Ah, hier. Tak, und dann habt ihr den. Jetzt gehen wir auf Jumphead. Jetzt fingen wir ihn wieder ran. So, auf Jumpscare-Basis. Er denkt jetzt, und jetzt ist er jetzt. Was macht er jetzt? Tak. Box. All zurück gehört zum Plan. Tak, dead. Jetzt tun wir den Neusen hier. Tak, dead. Der wird jetzt mal dafür komplett auseinandergeschraubt. Das ist komplett. Zack. Einfach kurz Schafen geschickt. Ja, der arme. Wie er da gelandet ist hier und dachte, ja, Loot. Er hat alles im Plan. Das wäre der Tonner. Das ist nämlich, um die Gegner zu verwirren. Oder, aber, na. Ich habe gehört, YouTube-Video. Das wäre gerade ein perfektes YouTube-Video. How to win every round. Mein höchstes war 13, glaube ich. Nein. Chill. Nein, nein. Vorbei. Ja, dass das genau in so einer Runde passiert, ne? Boah, jetzt der Clip. Ach, du Scheiße. Seid ihr ready? Schaut euch alles an. Okay, seid ihr ready? Los. Ey, chill mal kurz. Er stirbt nicht. Er ist der beste im FIFA-Jahren. Oh, oh. Oh, oh. Let's go. Oha, Yasin, danke auch für 100 Bits. Ein 1A-Tutorial nennt man das. 13 Killwin. Oh mein Gott. What's up, we? Abo. Hurra. Rudolf, das hast du hier gemacht, Alter. Oh mein Gott. Alter, ich bin fast gestorben, ne? Ich bin schlecht. Na. Komm, kackt drauf, Digga. Aha. Let's go. Go rum. Hoho. Alter, wie teff. Lass uns siegen. La 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 la. Auf die Malediven. Nein. Es geht um den Skin. Ich hab gewonnen. Heavy. Bakura. Scheiße, wo bin ich denn hier, Digga? Bis, like this. Need to. Nice, like this. Need to. Need to. Don't. Don't. Not much. Ich bin stuck hier. Ja, was? Die geile Runde aber eigentlich. Ich werde nicht hoch. Oh. Oh. Okay, two, 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 two. Nein, ich bin hochgevin. Ich bin hochgevin. Ich bin hochgevin. Okay, ich bin. Make this up you. Ja. Mein aim, Digga. Ja. Was ist denn mich? Wisst ihr, warum? Ich brauche, ich muss Leonďkaarspielen. Beschädte hat sich. Danke, Fluffy. So. Hm, seh dich nicht. Buh! Komm her. Haha. Einfach KMR. Halt ihn mal, Bruder. Und so. Ich weiß also nicht mehr, wie die hießen. Dass irgendwelche mal so skippt wurden. Oder viele. Ich hab abholt. Ha. Ja, damit hat der Mathelehrer wohl nicht gerechnet. Hallo? Digga, wie viele hat der denn? Habe ich den nicht eigentlich voll das Ding gegeben? Oh, tsch. Oh, tsch. Warte, das ist der. Das ist der, der mich mal nicht gegeben hat. Das muss er bereuen. Tut mir leid. Der neuen Killwin, maybe? Wer ist gerade erster? Ich weiß, man weiß nicht genau, wer deutscher ist. Aber es ist schon jetzt, so Devil of Dark. Aber der soll anscheinend Franzose sein. Aber wir wollen natürlich kein Clickbait machen. Ich bin das. Bitte nicht auf den Baum. Jawoll, es gibt oder ist die Dachmutter zu leuten. Ja, wer bist du denn? Hö, der kann so editieren. Ah, das ist verarscht. Oh, ne, war doch ein bisschen mal danach. Pass live. Geh ich wieder in den Knast, dicker? Ja, nein. Und mich rutscht zu hohaft. Ich hoffe schon, dass es ja nicht mehr schafft. Pass live. Geh ich wieder in den Knast, dicker? Ja, nein. Aber wenn soll es bei der jetzt gehen? Ohoho! Fünf Kills. You can show. Oh, my body. Das ist mein Kusen. Luffy. Na, komm Scheißer. Neun Kills. Hi, Gwond, bro. Pitar slide. 101, 10 Kills. Chilling with the homie. Chicken wing, chicken wing. Aber na, aber na. Tja, mach. Fuck, war jetzt nicht schlecht. Fuck, war jetzt nicht schlecht. Ich hab jetzt nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal.